Du hast alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Und hier nehmen wir etwas Schrot und ein Maschinengewehr. Yeah. Wir befinden uns in den Fontaine Fisheries, wo wir auch einen aufgehängigen Schmuggler-Smuggler sehen. Ähm, was hat denn der geschmuggelt? Ach, die Wiebeln. Ja, ist ja, äh... Ach, den können wir durchsuchen. Ah, aber der hat eh nichts dabei. Wurde wahrscheinlich schon geplündert. Ähm. Mhm. Hoch. Ähm, Leiche untersuchen. 9 Dollar, wow. Und hacken. Das steht mir an, Kopf 10 Dollar. Ja, das ist doch in Ordnung. Verbandskasten, kauft uns mal ein. Ähm, Pistolenkugeln hab ich noch genug. Dann hol ich mir mal zwölf Panzerbrechende und zwölf ionischen Schrot, weil wir hier mehreren Big Daddies begegnen. Soweit ich mich erinnere. Ah, Kiste. Nix. Nix, 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 nix. Was krabbelt da in meinem Garten? Äh, was ist das? Was denn, ist das Blätter? Was ist das? Rosenblätter oder so? Naja. Ähm, ein Verbandskasten. Uh. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Uuuhu. Zeig dich. Zwei Medi geht's. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine Rängelbedürfnisse. Denk an deine Nächsten. Egal, was man ist. Und. Zurück. Der, der König oder Gott. Der das hier alles vermint. Und, aber ich hab hier. Wow. So, und jetzt können wir ihm die Mine entgegenschleudern wieder. Ja, ich tu ihm weh. Das ist der Plan. Aber er hat mir wehgetan. Und zwar ganz schön doll. So, 23 Dollar. Lass ihn mal Antipersonen nehmen. Okay, ballern wir ihm einfach mal. Hier von dem ganzen Magazin rein. Vorher, äh, träumt ihn aber noch. Und dann passt das schon. Oh, mein Gott. Man, die Mietti-Schlang liegen gerade dazu, uns weh zu tun. Oh, ja. Ah, ich tu ihr gleich mal richtig weh, äh. Danke, Mr. Bubbles. Ah. Es wird Zeit, dass wir unsere Waffen aufrüsten. Aufrüsten können. Und verbessern können. Dann nehm ich jetzt einfach das normale Schrot und dann... ...geb ich dem Hurensohn. Du fetter Walfisch! Gib sie raus! Seicher Panzer eingeschlagen! Oh, ne. Da ist der Jauh. Aber erstmal noch hier die, äh... ...bei den Hurensohn-Splizer. Und darunter sind Geschütze. Ich schicke ihn hier Seuchen! So komm ich nicht an dich an! Und hacken. Ähm. Wir können jetzt hier alle Unterstützung gebrauchen, die wir kriegen können. Wir sind nämlich ganz schön angeschlagen. Aber die Big Daddy's, die hauen schon ordentlich rein. Mhm. So ne EVE-Spritze. Tagebuch. Bis auf weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. So. Wir sollten mal aufstehen. Ach, den hat ich schon erwischt. Okay, Medical Expert. Medical Expert verbessert Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Wenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund. Den Medical Expert. Vormandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Das, ne, wir doch mal. Und direkt noch eine Medikette zu tun. Erstmal Rosie untersuchen. Und dann reiten wir sie. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Danke, Mr. Die Kaltzone bekommst du sie nicht. Ja, und am nächsten Gator's... Also, äh, Tenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei einem Gator's Garden findest. Und da haben wir auch schon... Haben wir ein Wassereinbruch, auch sehr gefährlich für Rapture. Ähm, wo... Wow. Wow. Fuck, 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 fuck. Zeit für die Tire-Betschen, Mr. Beast. Wir werden dich erzeugen! Ähm... Ähm... Ja. Aber, Warf... Warfmaster... Weiß auch nicht, was das bedeutet. Ähm... Das können wir nicht. Aha, die stecken alle fest, die können wir also nicht einfach so da rausziehen mit der Telekineser. Ähm... Aber sie kriegen nicht einen Zentimeter von Rapture um nicht einen Zentimeter! Vielen Dank, Mister! Danke, dass Sie uns gerettet haben! Geschenk untersuchen. Zollet Adam und Hypnotize Big Daddy. Und, äh, hier. Du hast deine Erstbelohnung von Tenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Äh... Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle. Unsere neuesten... Unsere neuesten... Neus... Unser neuestes Hypnotize Plasmid wird ein Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. In Genbank lagern erstmal noch. Scheiße! Und jetzt haben wir hier so eine Granat und so... Oah! Das ist schon mies, ey! So, erstmal jetzt hier... Und wir haben ja kaum noch Schrot, dann nehmen wir einfach die Pistole. Die hat sich ja in letzter Zeit auch sehr, äh... Als sehr nützlich ent... Äh... Heute hab ich's aber mit dem Sprechen, äh... Hat sich auch als sehr nützlich erwiesen. Was fällt ihm ein, so mit mir zu sprechen? Ich weiß nicht, was ist das? Schenken Sie Ihren kleinen, entschränken Zeiten ein hauptloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Weg Sie dahin, wo ich Sie sehen kann! Und? Ach, komm schon, äh... Und der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch das Verschütz ausschalten. So. Gut. Wow. Ein Aquarium mit Fischen, die sich auf der Stelle bewegen. Ähm... Aufheben, ionischen Schrot. Zweimal. Gut. Wir haben sechs Dollar, das bringt uns nicht wirklich viel. Achso, wir wollten uns da oben am Gathers Garden, äh, eindecken mit neuen Plasmiden. Und... Wir haben 420 Adam. Gut, wir kaufen uns erstmal einen Plasmid-Slot.